In dir und in allen Menschen liegt eine innere Kraft. Leider kennen diese Kraft nur sehr wenige und die meisten Menschen nutzen sie nicht. Sobald du sie heute entdeckst, wirst du es einfacher im Leben haben. Es ist eine Kraft, die dir helfen wird, deine Träume und Wünsche in Leichtigkeit zu verwirklichen. Das Geheimnis dieser inneren Kraft werde ich dir in diesem Video gleich erklären. Sobald du dieses Geheimnis und die neuen Schritte kennst, die dich dahin bringen, dieses Geheimnis zu lösen, wirst du dein inneres Licht spüren. Denn diese geheime Kraft ist dein inneres Licht. Das innere Licht ist der göttliche Funke in jedem Einzelnen von uns. Es ist unsere Verbindung zur Quelle allen Lebens. Wenn wir uns mit unserem inneren Licht verbinden, sind wir in der Lage, eine höhere Macht anzuzapfen und Führung zu erhalten. So höre nun gleich genau zu, denn ich erkläre dir jetzt, wie du diese geheime Kraft, dein inneres Licht, zum Strahlen bringen kannst. Denn je kräftiger dein inneres Licht strahlt, umso mehr Kraft wirst du haben, deinen Lebensweg weiterzugehen und deine Lebensaufgabe zu erfüllen. Du wirst feststellen, dass diese neun Dinge nicht schwer sind und du sie ganz einfach und leicht selbst vollziehen kannst. Hier sind nun die neun wichtigen Dinge, die du beachten solltest, wenn du versuchst, dein inneres Licht und deine innere Kraft zu stärken. Der erste Schritt Sei immer positiv und optimistisch, egal, was das Leben dir vorsetzt. Du kannst vielleicht nicht alles kontrollieren, was dir widerfährt, aber du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst. Und das ist deine Stärke, denn du bestimmst, welches Gefühl du einer Situation zuordnest. Zweitens Vergleiche dich nicht mit anderen. Du bist einzigartig und besonders, so wie du bist. Und auch wenn es Menschen auf der Welt gibt, die alles zu haben scheinen, haben auch sie ihre eigenen Kämpfe und Probleme. Konzentriere dich also auf dein eigenes Leben und auf das, was du zu bieten hast. Du wirst spüren, wie du dabei glücklich wirst. Drittens Tu jeden Tag etwas Schönes für jemand anderen. Dabei spielt es keine Rolle, wie klein oder groß dieses Schöne ist. Schon ein einfacher Akt der Freundlichkeit kann jemanden und dein eigenes Leben verschönern. So können wir uns gegenseitig helfen und stärken und unsere Gemeinschaft wird wachsen. Viertens Gehe mit deiner äußeren Aufmerksamkeit auf deine innere Aufmerksamkeit. Fühle, wer du in deinem Inneren bist und spüre deine Stärke. Mit anderen Worten gesagt, konzentriere dich auf deine Gedanken und Gefühle und nicht auf die Außenwelt. Erkenne Erkenne, dass du für dich die wichtigste Person bist. Erkenne, dass es niemanden gibt, der wichtiger ist als du. Denn es ist jetzt ganz klar, wenn es dir gut geht, dann geht es auch deinen Liebsten gut, weil du strahlst und zufrieden bist. Fünftens Sei dankbar für alles, was du in deinem Leben hast. Das gilt für die guten und die weniger guten Dinge, egal wie schwierig die Situationen auch erscheinen mögen. Es gibt immer etwas, wofür du dankbar sein kannst. Wenn du dich auf das Positive konzentrierst, wird das helfen, dein inneres Licht zu stärken und du wirst positive Situationen anziehen. Sechstens Akzeptiere all deine Gedanken und Gefühle, auch die, die negativ oder schmerzhaft sind. Versuche nicht, sie zu verdrängen. Sie zu akzeptieren, wird dir helfen, sie zu überwinden und sie schließlich loszulassen. Denn auch die schmerzhaften Gefühle und Erfahrungen gehören zu dir und haben eine wichtige Bedeutung für dich. Mit dem Loslassen stärkst du deine Seele und dein inneres Licht wird zu leuchten beginnen und deine innere Kraft entzünden. 7. Vergib dir selbst für deine Fehler und Unzulänglichkeiten. Wir sind alle Menschen und machen allemal Fehler. Erkenne, dass jeder Fehler eine Erfahrung ist, die dich reicher machen wird. Wenn du dir selbst vergibst, hilft dir das, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Im Hier und Jetzt zu sein, bedeutet aktiv sein Leben zu leben. 8. Gib jeglichen Zwang oder Druck auf Erfolg auf. Lass los und vertraue darauf, dass dein inneres Licht dich leiten wird. 9. Umgib dich mit Menschen und Dingen, die dein inneres Licht unterstützen. Finde eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten oder gründe eine, wenn du keine findest. Fülle und schmücke dein Zuhause mit Gegenständen, die dich glücklich und friedlich machen. Wenn du nun all diese Dinge im Hinterkopf behältst, bist du auf dem besten Weg, dein inneres Licht zu stärken und deine Lebensaufgabe zu erfüllen. 10. Teile dieses Video, damit noch mehr Herzensmenschen ihr inneres Licht stärken können und so unsere wundervolle, kraftvolle Lichtfamilie wachsen kann. Smarana Amen.